Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, wieder hier in diesem Shithaus, wo ich noch nicht ganz verstehe, was ich tun soll. Also, ich hab's soweit verstanden, dass ich irgendwie ein bisschen Scheiße besorgen soll, damit der, ja, Mistkäfer da mir einen schönen Beide rausbauen kann, ja, bauen. Ich weiß zwar auch nicht, wie weit mich das jetzt weiterbringen soll, aber ich werde einfach mal mitspielen und hoffentlich werde ich jetzt auch mal was erreichen. Ja, so schon mal nicht. Mein Gott, war das schon wieder knapp. Diese Kamera, sie bringt mich um. Nein, 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 oh! Diese Kamera ist echt der Albtraum. Ein Albtraum. Ich kann sie auch nicht steuern irgendwie. Wieso auch immer? Meine Güte, diese Melodie. Oh Gott, komm, komm, Conker. Du kannst es schaffen. Ich weiß es. Du bist ein gottverdammtes Eichhörnchen. Ja, so schon mal nicht. Ah, meine Güte. Wieso hört dieser Streiter eigentlich so auf der... Hälfte auf! Nein, nein, nein! Ah, ich krieg dieses Streiter nicht mehr hin. Brauche ich den überhaupt? Ich weiß es nicht. Egal. Ich werde nämlich noch was anderes versuchen. Die unsichtbare Wand dort, die verbietet mir sämtliches Weiterkommen zu diesem B-Button, aber den will ich dann auch gar nicht haben. Ganz ehrlich, wenn der mir verwehrt wird, ja dann, dann nicht. Dann nicht, dann nicht. Und ja, jetzt habe ich mich selber fast getötet. Aber gut, dass ich nicht mehr dabei sterbe. Das war jetzt ein wenig unklug, aber ich lasse mich von sowas nicht entmutigen. Oh yes, weiter geht's. Weiter geht's. Hey, what about me? So. Meine Güte. Meine Güte. Go for it, Conker. Go for it. Ich will es noch einmal schaffen. Ich will es noch einmal schaffen. Einmal. Yes, no! Nein! Ich habe jetzt wieder ein bisschen wenig Leben, oder? Wieviel habe ich noch übrig? Noch ein einziges. Ich brauche unbedingt ein neues. Ich weiß ja auch, wo ich eins bekomme, aber dazu muss ich ja auch da hochkommen. Das ist ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Ich komme da einfach nicht mehr hoch. Wegen dieser scheiß Kameras ist alles die Kamera schuld. Ich weiß ja gar nicht, wann ich oben bin. Da war ich zum Beispiel nicht oben, das weiß ich schon mal. Aber wieso kann ich die Kamera nicht steuern? Ach, komm. Ach, komm. Ich werde langsam wirklich erzürnt. Wirklich erzürnt von diesem Spiel. Und Erzürnung ist nicht gut. Überhaupt nicht. Das schadet meiner Konzentration. Verdammt nochmal. Aber ich habe es mit Pat gespielt. Was habe ich erwartet? Dass ich das schaffe? Hahaha. Nie so gelacht. Nie so gelacht, ey. Mit dem Patch spielen ist ein Fluch für mich. Immerhin bin ich nicht gestorben. Sie ist positiv. Ja, immerhin sterbe ich, wenn ich da abstürze nicht. Immerhin, immerhin. Auch wenn ich nicht weiß, was für einen Sinn das ergibt. Wenn ich da unten abstürze, da ich dann da oben wieder anfangen darf. Nun ja. Besser als ein ganzes Leben abzuziehen. Dafür passiert das auch hier viel zu oft. Ich bin sehr erzürnt. Fuck you. Ich bin sehr erzürnt. Ich bin sehr erzürnt. Erzürnt. Ich bin sehr erzürnt. Erzürnt. Erzürnt, erzürnt ihn. Ein bisschen in alle Ewigkeit. Ach viel weiter. Oh Gott. Jetzt muss ich warten, weil sonst schmeißt mich die Scheiße wieder in den Augen. Aber ich sehe jetzt gar nicht, wann die Scheiße aufhört zu fließen. Jetzt sehe ich es wieder, aber das ist ja jetzt auch egal. Ah Gott! Wie knapp war das denn? Wie knapp war das denn? Was? Wieso? Hä? Hä? Was? Hä? Jetzt bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Mein Fresse. Ich bin sowieso die ganze Zeit falsch gesprungen irgendwie. Yes! Yes! Ich bin wieder im Spiel drin. Und jetzt will ich diesen Schwanz. Ich will diesen Schwanz. Huh! Yes! Yes! No! Nein! Hey, over here! Ah, okay. Okay. Okay, ich bin noch drin. Ich bin noch drin im Spiel. Oh ja! Oh ja! Wie wäre es denn, wenn ich einfach mal geradeaus fliege? Da ist nichts. Okay. Okay. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich habe immerhin ein D-Player. Okay. Sie ist positiv. Sie ist positiv. Verliert nicht seine Konzentration. Gehe ich nochmal hier hin? Ja, das habe ich schon tausendmal gesehen. So. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Lalalalalalalalalalalala. Hm? Was ist denn da? Da habe ich ja noch gar nicht geschaut. Ah! Ach so! Okay! Okay. Okay. Okay, okay. Ich habe es ungefähr verstanden. Aber wie komme ich da hoch? Ah, so komme ich da hoch. Uh! Ja! Bitter im... Oh, lol! Das war... Das war... Das war ziemlich knapp. Oh Gott! Oh Gott! Ich will nicht von vorne anfangen! Äh, was? Wieso komme ich da auch nicht hoch? Äh! Hä? Los! Konker! Spring, wie du noch nie gesprungen bist! Hä? Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh Gott! Das war super knapp! Das war auch super knapp, aber... Ich scheine nicht hoch zu kommen. Es scheint einfach nicht auszureichen, die Höhe. Meine Güte! Konker! Spring! Spring! Jetzt bin ich zu steif über die Sache. Gibt es da noch irgendwas? So, weiß ich... Vielleicht, wenn ich mich davon extra treffen lasse. Hä? Ja, nee. Ja? Komm! Schmeiß mich hoch! Wieso nicht? Nein, es schmeißt mich in die andere Richtung. Und es schmeißt mich ganz runter! What the fuck? Dieses Spiel ist... Ich sag nichts! Ich sag nichts! Ich beherrsche mich! Ich bin... Ich bin vollkommen ruhig! Sie ist positiv! Jetzt kannst du das nochmal machen und dann lernst du aus deinen Fehlern! Ja, genau! Ja, genau! Okay, ja, genau! Ich bin... Ja, ja, okay! Ah! 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 Oh Gott! Das war wieder sowas von knapp! Oh nein! 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 Ich verstehe es nicht! Ich muss doch da irgendwie hochkommen! Ich weiß zwar nicht, weil ich gerade anders gemacht habe, als eben. Äh, was? Okay, mach ich mal. Drehen! Und was krieg ich davon? Und einen roten Saft. Und ich lass mich raten, der Stier trinkt davon. Ich weiß nicht, dass jemand das trinkt, ist, dass ich das trinkt, ist, dass ich das trinkt habe. Hm. Ah! Das sieht mir so aus wie ein Target, und wir haben einen Ball. Ja. Ich glaube, ich werde das. Ich glaube auch. Erstmal meine Lebensenergie wieder ein bisschen auf... 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 Na gut, egal! Ah! So, ich will, dass der das trinkt, aber erstmal will ich, dass er das, äh, Ziel da trifft. Ah! Jetzt kommt auch mit, glaub ich, der Soundkulisse wird das untermalt. Dankeschön! Ah! 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 auch! Noch eins hier! Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was das bedeutet, aber wo ist das hier? Fuck, fast. Oh, was? Wie krass ist das denn? Oh, stopp, du nirgends, junger Mann! Goodness me, I've quite lost my appetite now, I'm gonna go for a little meander over here. Actually, I feel a bit thirsty, a nice little beverage should wash this tasty grass down, lovely like. This looks quite nice, looks to be cranberry flavoured, lovely. Cranberry? Oh my god. Tastes bit hot too. Oh, I'll have some more. Ooh, moo! Ooh, er, oh, 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 oh! Ooh, it's like the screaming shit cities, I'm out of here! Oh, ooh, oh, I see! Oh, I see! This is fucking dignified. Ooh, I hope Mavis and Olive don't see this. I'll never hear anything with it. Ooh, ooh! Ooh, that's a bit, ooh! Ooh, that's a bit, ooh! Ooh, that's... Ooh, I'll just stay here for a while, just in case, you never know. Looks like he's just about ready to go. Okay. Okay, aber ich kann hier so einen geilen Blumen steuern, mein Gott. Na gut, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oder? Ja, ja, okay, ich geh jetzt weg. Tschüss! Uh, ouch! Uh, ouch! Na, das war jetzt aber nicht so ein nettes Abschiedsgeschenk. Na gut, dann rede ich mal mit dem lieben Herrn Mistkäfer. Vielleicht reicht das ja schon. So. Okay. Ich nehm mal die Abkürzung. Reicht das? Hallo? Anscheinend nicht, okay. Vielleicht geh ich auch nochmal raus. Weil da ist ja so ein krasses, krasser Hahn. Vielleicht kommt es da raus. Ich schätze, ich liege falsch. Aber man kann ja nicht alles haben. Also fehlt noch irgendwas. Aber was? Irgendwas fehlt hier noch. Ich hab eine Kuh, die einen wirklich fahren lässt. Also so wirklich, so richtig. Aber was brauche ich dann noch? Somebody get me! Auch eine interessante Frage werfen, wie die ganze... den ganzen Scheiß her. Nun gut. Der Punkt der fragt, ich muss handeln. Handeln muss ich. So. Erstmal geh ich wieder ganz hoch. Okay, ich geh wieder ganz hoch. Hui! Fuck. Ah! Mist! Okay, ich sollte jetzt einfach mal Schluss machen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Also, auf Wiedersehen! Ja. Nein. Nein.